Hallo und willkommen zum ersten Beispiel in Excel. Ja, was kann ich denn in Excel eigentlich genau machen? Ich habe jetzt hier schon etwas vorbereitet. Das ist eine Bestellliste. Hier fällt schon mal auf, wenn ich hier Zahlen eingebe, dann richten die sich am rechten Rand aus, bei Text am linken Rand. Hier muss man auch immer aufpassen, wenn ich jetzt eine Zahl eingebe, wenn ich jetzt sage, 14.14, dann denkt das Programm, ich habe hier Text eingegeben und dann kann das Programm mit dieser Zahl nicht mehr rechnen. Das bedeutet, ich muss hier immer bei den Werten ein Komma setzen und dann wird das Ganze als Zahl ausgegeben und dann kann das Programm auch mit dieser Zahl entsprechend weiter rechnen. Was ist jetzt der Vorteil von diesem Programm? Ich kann hier zum Beispiel hergehen und kann diese Zellen ein Format zuweisen. Wenn ich jetzt hier auf diese Geldscheine klicke, dann habe ich hier automatisch die Centbeträge hier formatiert und ein Euro-Zeichen dahinter. Das kann ich auch im Vorfeld machen, wie diese Zelle hier. Wenn ich jetzt also hier reinschreibe 10,50, dann wird automatisch daraus der Betrag formatiert. Gut, hier möchte ich das Ganze ausrechnen lassen. Und jetzt kann ich hier folgendes machen. Ich kann hier eine Berechnung anstellen. Eine Berechnung fängt immer mit einem Istgleichzeichen an und dann klicke ich die Zellen an, die ich berechnen lassen möchte. Also ich klicke jetzt einmal diesen Preis hier an und dieser Preis soll mit dieser Menge hier multipliziert werden. Das bedeutet, ich bekomme hier eine Formel, die lautet Istgleich C4, weil sich die 360 in der Spalte C, Zeile 4 befindet, mal die 100, die sich in der Spalte B, Zeile 4 befindet. Und wenn ich das jetzt bestätige, dann habe ich das entsprechende Ergebnis und auch schon richtig formatiert. Ich kann natürlich, ohne entsprechend die Zellen anzuklicken, das auch händisch eintragen. Ich kann natürlich auch sagen, Istgleich C5 mal B5. Das ist allerdings etwas umständlich. Am besten markiert man diese Zelle, wo die Formel drin ist. Wir sehen hier oben, hier in der Bearbeitungsleiste ist diese Zelle angezeigt. Ich kann nun mit dem Mauszeiger hier an die rechte untere Ecke fassen, halte die Maustaste gedrückt und ziehe das Ganze nach unten. Und wenn ich die Maus wieder loslasse, dann haben sich automatisch die Formeln von oben nach unten kopiert und beziehen sich aber auf die Werte daneben. Also ich habe hier C4 mal B4. Ich habe in dieser Zelle C5 mal B5. In dieser Zelle steht C6 mal B6. Und hier habe ich C7 mal B7. So, jetzt kann ich das entsprechend natürlich noch gestalten. Ich kann diesen ganzen Bereich hier markieren. Ich kann hier die Gitternetzlinien einblenden. Ich kann hier diese Kopfzeile entsprechend farblich hervorheben. Ich könnte aber auch sagen, ich möchte hier eine Schnellformatierung setzen. Ich mache das mal alles wieder weg. Und die zwei Sachen brauche ich noch. Also hier diesen Bereich markiere ich. Und dann haben wir hier Zellenformatvorlagen. Und dann kann ich hier mir auch entsprechend etwas auswählen, ohne jetzt aufwendig zu formatieren. Mit einem Klick sind dann hier entsprechend die Formatierungen drin. Eins möchte ich noch machen. Und zwar die Summe aus allen Endpreisen. Das geht am schnellsten. Ich brauche hier einfach nur dieses Schaltsymbol hier. Diese eckige Klammer. Wenn ich hier draufklicke, dann wird eine Formel vorgeschlagen, ist gleich Summe von D4 bis D8. Und hier brauche ich nur noch bestätigen. Und dann sind hier diese Beträge automatisch zusammengerechnet.